In den heutigen Smoothie kommt eine Schale Spinat, eine halbe Gurke und je eine Avocado, Kiwi, Apherine und Banane. Ich gebe einen gehäuften Esslöffel Chiasamen hinzu. Da alles eingeschneit ist, nehme ich aus der Küche Petersilie und Basilikum. Als erstes gebe ich 600 ml Wasser, den Spinat und die Kräuter in den Mixer. So lange mixen, bis es eine sattgrüne Flüssigkeit geworden ist, die dann so aussieht. Da hinein kommen dann die anderen genannten Zutaten. Von einer Dose Kokosmilch nehme ich die obere feste Schicht ab und mixe sie ebenfalls gleichmäßig unter, bis alles schön cremig geworden ist. Damit es nicht braun wird, gebe ich am Schluss einen Schuss Limettensaft hinzu. So schön grün ist der Smoothie dann. Guten Appetit und ganz viel Gesundheit. Tschüss, eure Kirsten. Es ergibt übrigens ungefähr 2 Liter, etwas weniger.